Next News Nummer 96, da sind wir wieder für diese Woche mit folgenden Themen. Tesla baut eine Million Autos und Model Y Auslieferung bereits heute. Neues Gesetz zur Ladeinfrastruktur, Modellzahlen Elektroauto Zulassung im Februar, größerer Akku für den Mercedes E-Bito, Porsche Taycan Lieferverzögerungen und Neues von Nextmove, neue Videos, Corona-Lage und ein Gewinnspiel. Zu gewinnen gibt es heute einen Porsche Charging Timer im Sandohr-Design. Wir lassen ihn oben in der Ecke hier im Video schon mal mitlaufen für euch. Tesla baut eine Million Autos. Diese Woche war es soweit, das einmillionste Auto rollte bei Tesla vom Band. Es war ein rotes Model Y oder Model Y. Allein dieses Jahr will Tesla 500.000 Fahrzeuge weltweit bauen. Model Y ist auch gleich das nächste Thema. Die erste Auslieferung soll schon heute stattfinden. In den USA berichten verschiedene Kunden, dass Tesla sie informiert hat, dass heute, also Freitag, der 13. März, die ersten Model Y ausgeliefert werden sollen. Die WIN-Nummern, also Fahrgestellnummern, sind in den 1700ern. In der Vergangenheit konnte man sich bei Tesla Zeitangaben immer darauf verlassen, dass sie zu ambitioniert sind und nicht eingehalten werden können. Wir erinnern uns, zum Launch-Event vor einem Jahr hat Tesla angekündigt, das Model Y im Herbst 2020 auszuliefern. Jetzt ist Tesla nun ein halbes Jahr vor dem eigenen Zeitplan. Auch unser Mitarbeiter, der am 20.03. seinen Model 3 Standard Range Plus bestellt hatte, mit wohlgemerkt drei bis vier Monaten erwarteter Lieferzeit, staunte nicht schlecht, als er schon am 7. März aufgefordert wurde, die Rechnung kurzfristig zu begleichen, um am 10. März sein Auto schon abzuholen. Offenbar haben einige Model 3 Besteller ihre Fahrzeuge storniert und dann neu bestellt, um die höhere Prämie mitzunehmen und die Autos dann 1400 Euro billiger zu bekommen. Unser Mitarbeiter hat die Auslieferung auf die zweite Aprilhälfte verschoben. Aktuell werden Kunden in Deutschland aufgefordert, bereits stehende Neuwagen sehr kurzfristig abzuholen. Möglicherweise befürchtet man bei Tesla eine zwangsweise Geschäftsschließung wegen der Corona-Krise, ähnlich wie in Italien. Auch ein Team von US-Mitarbeitern für die Gigafactory in Brandenburg wurde diese Woche abgezogen. Neues Gesetz zur Ladeinfrastruktur. Das Kabinett hat ein Gesetz zum Aufbau von Lade- und Leitungsinfrastruktur für Elektromobilität in Gebäuden verabschiedet. Damit soll zumindest die Voraussetzung für eine einfache und kostengünstige Nachrüstung an Stellplätzen geschaffen werden. Dort heißt es, werden Wohngebäude mit mehr als 10 Stellplätzen gebaut oder umfassend renoviert, müssen künftig alle Stellplätze mit Schutzfrohren für Elektrokabel ausgestattet werden. Bei Nicht-Wohngebäuden muss mindestens jeder fünfte Stellplatz ausgerüstet und mindestens ein Ladepunkt errichtet werden. Ab 2025 muss dann jedes nicht zum Wohnen genutzte Gebäude mit mehr als 20 Stellplätzen mit mindestens einem Ladepunkt ausgestattet werden. Verstöße werden mit Bußgeldern geahndet. Das Gebäude-Elektromobilitäts-Infrastrukturgesetz ist sozusagen eine 1-zu-1-Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie. Wir erwarten, dass dieses Jahr auch noch ein passendes Förderprogramm starten wird. Modellzahlen, Zulassungen Februar für E-Autos natürlich. Da greifen wir gerne wieder auf aufbereitete Daten von Elektrif.net zu. Auffallend stark im Februar war Volkswagen 1475 e-Golf und 679 e-Up. Tesla Model 3 und Audi e-tron dicht beieinander um 600 Fahrzeuge. Porsche Taycan immerhin 195. Weiter interessant auch die ersten Opel Corsa mit 11 Fahrzeugen. Am 28.03. ist da Markteinführung. Beim Konzernbruder E208 ist die Vorführerwelle offenbar schon durch. Im Januar 142, im Februar nur noch 9. Bestellkunden müssen offenbar noch ein bisschen warten. Und bei VW sonstige, vermutlich ID.3, knapp über 80 im Februar und damit ein ähnlicher Wert wie im Januar. Vermutlich alles nur Testwagen und noch keine Autos für das angekündigte Mitarbeiterprogramm. Den Link zum Elektrif.net Dashboard gibt's unten in der Box. Größerer Akku für den Evito, zumindest für den Tourer, also die Variante mit bis zu neuen Sitzplätzen und damit nicht für den Kastenwagen als Transporter. Geben soll es dann einen 100kWh Akku, davon 90 nutzbar. Die Reichweitenangabe greift noch in die alte NEFZ-Kiste mit 421km, die vermutlich nicht zu schaffen sind. Die Höchstgeschwindigkeit wird auf 160km pro Stunde erhöht. Die spannendsten Infos wollte man aber noch nicht preisgeben, nämlich wann kommt der und was kostet er. Mit dem kleinen Akku von 41kWh startet das Auto aktuell bei 55.000 Euro und schafft im Realbetrieb keine 150km, im Winter noch weniger und das trotz Tempolimit für die aktuellen Fahrzeuge von 80-120km pro Stunde. Porsche Taycan Lieferverzögerungen Ja, unser Taycan ist noch nicht da und offenbar sind wir nicht die einzigen, die aktuell schon das zweite Mal vertröstet werden mussten und deren Auslieferung nun schon um zwei Monate verschoben wurde. Gründe nennt Porsche nicht. Von anderen Porsche-Kunden haben wir gehört, dass es auch bei neuen Modellen durchaus mal zu Verzögerungen in diesem Rahmen kommen kann. Bei Audi, Mercedes und Jaguar gab es ja Medienberichte, dass die Akkus knapp sind. Aber natürlich kann auch die Lieferkette für andere Bauteile oder die Qualitätssicherung die Ursache sein. Und an dieser Stelle Neues von Nextmove. Zunächst Coronavirus, auch wir haben uns da Gedanken dazu gemacht. Natürlich betrachten auch wir die aktuelle Lage mit Sorge und hoher Aufmerksamkeit. Zum einen, was Nextmove als Unternehmen betrifft, zum anderen aber natürlich auch im Sinne unserer Kunden, Mitarbeiter und auch unserer Familien. Ich informiere mich täglich im Podcast auf NDR Info mit Professor Christian Drosten. Den Link findet ihr unten in der Textbox unter dem Video. Bei Nextmove haben wir umfangreiche Möglichkeiten für Homeoffice für die Mitarbeiter geschaffen. Die Büros sind im Regelfall nur einfach besetzt. Wer schnupft, fiebert oder sich anderweitig nicht fit fühlt, bleibt sowieso zu Hause, auch bei Krankheitsfällen im Umfeld. Das Problem ist meist nicht die Ansteckung für gesunde Menschen in meinem Alter. Das Problem sind die Alten und die Kranken in unserer Gesellschaft. Corona ist wie eine Naturkatastrophe, die unaufhaltsam auf uns zukommt. Es muss verhindert werden, dass die Krankheitswelle ungebremst durchschwappt und unsere Kliniken in kriegsähnliche Zustände versetzt werden. Dazu wollen auch wir unseren Beitrag leisten. Und natürlich auch mit unseren flexiblen Miet- und Abo-Modellen. Wir erhalten aktuell vermehrt Anfragen von Menschen, die bisher ausschließlich auf den ÖPNV gesetzt haben. Richtigerweise wohlgemerkt. Die Bundesregierung empfiehlt aktuell, öffentliche Verkehrsmittel zu meiden, sofern möglich. Und natürlich ist für den einen oder anderen, der jetzt mehr Zeit zu Hause verbringt, unser YouTube-Kanal eine willkommene Abwechslung. Wir haben aktuell noch einige Videos in der Pipeline. Allein diese Woche hatte ich drei Drehtage. Schon morgen gibt es ein Video mit ziemlich brisanten Infos. Ich war mal wieder investigativ unterwegs. Das volle Programm mit Security und Polizei und einer spannenden Entdeckung. Ihr seht, ich grinse schon. Aber vielleicht gibt es künftig vielleicht auch mal eine Woche ohne Next News. Ein kleines Homestudio ist aber auch in Vorbereitung. Veranstaltungsplanungen liegen aktuell bei uns sowieso auf Eis. Dann haben wir noch die Auflösung unseres Gewinnspiels von letzter Woche. Zwei Porsche USB-Sticks im Porsche Turbocharger-Design gewonnen haben. Jürgen Langkau und David Reitler, die unsere News entsprechend kommentiert hatten. Das passende Video zur Tesla-Invasion bei Porsche gibt es in den nächsten Tagen, wahrscheinlich am Montag. Und auch dazu noch ein passendes Gewinnspiel. Also heute in den Next News verlosen wir die schöne Sanduhr, die hier oben mitläuft. Die ist ein kleines Dankeschön von Porsche Leipzig für so viel Interesse und reichlich Besucher bei der Partie. Schreibt uns in die Kommentare, warum ihr diese schicke Porsche-Sanduhr unbedingt gewinnen müsst. Außerdem bei Next Move Übergabe von 20 Audi e-tron. Am Montag war es soweit. 20 mangelfreie Exemplare gab es für unsere Flotte. Die ersten Mieter waren im Autohaus mit dabei. Ich selbst durfte auch ein Fahrzeug überführen. Das bisherige Feedback der ersten Mieter, aber auch der Kollegen. Das Auto strahlt eine unheimliche Ruhe und Gelassenheit aus. So entspannt bin ich noch mit keinem E-Auto gefahren. Noch mal leiser als die ersten e-tron 55 Quadro vom letzten Jahr. Das war's für diese Woche. Bleibt gesund. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.